Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Thanotep's Zone anzunehmen bei Vesir Thanotep in Uldum an dieser Stelle. Vor Quest war das Votum des Vesirs und nun geht es in diese Richtung. Wir müssen eine Karte finden. So, in diesem Questgebiet, hier, haben wir diese Mobs, die Wache von Neferset. Anscheinend gibt es hier auf der anderen Seite auch noch welche. Schmuggler zählt nicht, zählt nicht. Die Schmuggler zählen anscheinend nicht, zumindest laut Tooltip. Aber das Questgebiet wird hier angezeigt. Naja, wir konzentrieren uns auf die Wachen. Wir sollen laut Tooltip diese Karte haben. Oh, direkt die erste Wache hat das Quest-Item. Quest ist jetzt abzugeben durch diesen Knopf an der Stelle, wo ihr die Quest lootet. Oder aber ihr könntet auch zu Thanotep zurückfliegen und die Quest dort abgeben. Ich klicke hier einfach drauf, schaut mal weiter auf Quest beenden. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre gut, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.